In die Stadt gefahren, waren gepackt und dann, bevor wir losgefahren sind, haben schon die ersten ein oder zwei Pellen gefressen. Ich war voll auf Sendung, als ich da angekommen bin, sie sind mit dem Schuppende, alles ganz gut gemacht. Und die Mucke da drinnen, also ich hatte vorher mit dieser Musik überhaupt nichts zu tun. Aber als ich auf Sendung reingekommen bin, bin da reingekommen auf die Partie und hab gedacht, das geht ja gar nicht. Voll abgefeiert, ich hab das erste Mal in meinem Leben getanzt, Team Behinderter. Ich hab das erste Mal in meinem Leben getanzt. Also ehrlich, das ging überhaupt gar nicht, da ich mich voll durchgegriffen habe. So, ich hab ja auch die ganze Zeit noch weitergegeben. Ich wusste zwar nicht, wohin mit mir so, voll unter Strom gestanden, Haare standen erst einmal, aber irgendwie konnte ich das Gefühl ja doch feiern. Das war das letzte Mal in meinem Leben. So, pass mal auf mit der Mucke zusammen, mit der richtigen Mucke zusammen und wenn das Pfeffer und das Pfeffer mit der Mucke zusammen. Er stand da und hat gestampft mit seinen Stiefel. Und das ist der Wahnsinn. Als sie dann endlich zugemacht haben, in zwei Tagen oder zwei, drei Tagen, es war ein blauer Himmel in der Sonne, es war eiskalt, blauer Himmel in der Sonne hat geschehen. So, ich fand in meinem T-Shirt nur die lange Spiegel und Unterhose und hab da die Pape gemacht. So, ich fand in meinem T-Shirt nur die lange Spiegel. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.